Johnny, was ist das denn? Scheiß mal aufs Training, das Spiel ist viel wichtiger. Ja, Johnny, Linie! Bitte ein bisschen Körpersprache. Wir haben ein wichtiges Spiel am Wochenende. Wie kann man jedes Mal im Training so schlecht sein? Eigentlich dürfte ich den am Wochenende spielen lassen. Aber der ist so gut am Spieltag. Drei Tage später. Bro, bitte, heute Matchday, Bro. Nicht so spielen wie im Training, Bro. Bitte gebt Gas heute, bitte! Ja! Wow! Egal wie schlecht im Training ist, der ist gesetzt, Mann! Ich bin Stamm! Johnny!